Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deadly Primation Part 17. Der beim letzten Mal hat Agent York die Polizisten hier des Ortes eingeschworen und mit ihnen einen Schlachtplan erörtert. Wir werden mal sehen, ob das Ganze funktioniert. Also sie wollen jetzt Nick und Diane überwachen, die Hauptverdichtin in dem Fall hier. Und ich bin mal gespannt, was das so zu Tage fördert. Geht da jetzt zu Fuß hin oder? Ne, ich glaube ich in dem Auto. Es geht ja dennoch schneller. Oh, ist ja schon bald soweit. Also zwischen 22 und 23 Uhr sollen die sich immer treffen in der Bar von Carol. Eieieie, ich muss jetzt mal die ganzen Personen da wieder ein bisschen einordnen. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt nicht unnötige Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Denn hier geht es ja eher um eine verdeckte Ermittlung. Also Thomas sollte in die Bar unten nachsehen, wer da alles auftaucht. Also sprich die beiden natürlich, ne. Emily sollte Diane, glaube ich, überwachen. Oder Nick. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Ist ja auch wurscht jetzt. Oh, okay. Do you remember? How many years ago was it now? That multiple homicide of young girls in that college town in Illinois. All the victims were cut open from the throat to the crotch. Oh, it's getting real weird. Ripped right open. During the autopsy, a second stomach was found inside the first victim's body. Of course, she didn't naturally grow a second stomach. One of the stomachs belonged to someone else. As more victims piled up, there was one with two hearts, one with two livers, four lungs. Different organs each time. Of course, those extra organs didn't do the girls much good. Right, Zach? And they say too much is never enough. In the end, we arrested a professor at the med school. They found the body of his daughter dead in the missing organs at his house. Do you remember what he said when we took him in? I was ordered to restore those deformed bodies back to normal. And remember who he said ordered him? An alien. Well, of course, we couldn't arrest an alien. So we arrested the professor instead. Serial killers can't be caught by logic and common sense. I learned this the hard way. That first case taught me that. Soon after these cases continue to get more and more complicated. It's a tough job. I thought getting experience while I was young would make the job easier. Oh, so ein Job ist schon nicht ohne, ne, wenn man mit solchen kranken Figuren das tun bekommt. Na, vielleicht hat er bloß den Alien quasi als Vorwand genommen, ne? Um das irgendwie, ah, sich selbst auch zu erklären, ne? Das machen ja mal viele Täter, die sich auf irgendwas zu rufen. Ja, da sind wir ja. Wir sind frei bis dahin. Ja, ja. Alles gut. Müssen wir noch eine rauchen und dann können wir direkt loslegen hier. Also bis 22 Uhr müssen wir rauchen. Und netter Zeit vertreib. Na, ich bin falsch rum. Ja, hier ist, hier sind die Objekte. Genau. Also einer sollte auf jeden Fall die Diane überwachen und der andere den Nick. Das sind ja die beiden Hauptverdächtige, ne? Und insofern. Boah, bin ich mal gespannt, ob sie ihren Job denn ernst nehmen. Äh, na gut. Die falsche Taste ist gedrückt. Die A-Taste. Müsste aber etwas essen. Na, dann sagt das doch gleich, Mensch. Wäre ich da nicht erst rausgegangen, ja. Aus dem Menü. Also von den Lollis haben wir ja genug. Die kannst du nicht aufessen. Die spawnen ja unendlich, haben wir ja festgestellt, ne? Oh, reicht jetzt. Ist das genug? Okay. Schauen wir mal, was hier passiert. Oh, Emily kommt schon mal angerannt. Nick ist noch in der Bar. Okay. Just as we planned then. I wonder what happens next. Agent York, you're really enjoying this, aren't you? I have to admit, I envy that. Ach ja, warum? Hier geht es ja jetzt darum, einen Täter zu überführen, ne? Ich meine, die Mordserie ist schlimm genug. Mittlerweile ist es ja eine Serie, ne? Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Agent York, Nick ist die Bar. Was ist mit Diane? Diane, ja. Sie ist nicht hier heute Abend. Emily, check das mit George. George, kannst du mich hören? Nick ist die Bar. Was ist mit Diane passiert? Keine Bewegung. Sag mir, was hier zu tun tun. Bleib dran, George. Ich denke, Nick wird zur Galerie gehen. Lass uns dort treffen. 10-4. Kopie das. Agent York, es ist Nick. Entschuldigung. Oh, okay. Oh, okay. Vielleicht auch gewundert, dass sie nicht aufgekreuzt ist. Zu dem üblichen Treffpunkt und Zeitpunkt vor allen Dingen. Entschuldigung, ich warte. Let's go. Ah, alles gut. Okay. Zeit, mit den großen Jungs, Nick. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich Abstand halten, damit der Kind Verdacht schöpft, ja. Fährt der denn überhaupt schon? Ja, ein bisschen. Aber sehr langsam. Da müssen wir echt vorsichtig sein. Nicht, dass wir ihm zu nahe kommen. Oh, er ist jetzt drückt auf der Tube. Ah, ah, ah. Okay, jetzt machen wir mal ein bisschen ab. Achtung. Das fährt ja langsamer wieder. Er hat einen komischen Fast-Stil. Das hat er uns schon bemerkt. Total spannend, so was. Genial gemacht, aber. Oh, das Spiel zeigt auch dann und wann seine Brillanz, ne, die durchkommt. Also man kann auf jeden Fall verstehen, dass das Spiel zu einem Kult geworden ist, ne? Allerdings schon wegen der Charaktere, ne? Uuuuh, Schütze. Boah, der fährt doch auch furchtbar. Ich sollte bald ins Bett, denn nicht jetzt. Können wir noch einen Kaffee trinken? Das wäre blöd, wenn er jetzt irgendwie, wenn er jetzt daran scheitern sollte. Ja, klar. Kaffee hat er immer dabei. Gut, reicht. Reicht. Um abbrechen zu können, muss ich nochmal bestätigen drücken. Okay. Ein bisschen komisch. Achtung, 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 Aua. Ah, da ist davor noch ein Auto. Komisch, dass er uns noch nicht bemerkt hat, ne? Aber gut. Wir fahren ja mit einem gebührenden Abstand, ne? Hinter ihm her. Sind das hier, also das ist das komische Umspannwerk. Ah, ich glaube, da haben wir eine kleine Chance noch. Bevor wir auffallen, ne? Haben wir da ein gewisses Zeitfenster. Aber wenn wir ihm zu lang zu nahe kommen, dann wird er skeptisch, denke ich mal. Mal fährt er schneller, mal langsamer, das ist ganz komisch. Müssen wir versuchen, uns anzupassen. Schade, dass es hier nicht so eine Taste gibt, ne? Dass man sich der Geschwindigkeit des Vorausfahrenden anpassen kann. In irgendeinem Spiel war das, glaube ich, mal so bei Mafia oder so. Konnte man... Oder GTA, ich weiß es nicht mehr genau. Ah, apropos Mafia, ne? Das werde ich mir auch angucken, auf jeden Fall. Das Remake. Ist ja nicht nur ein Remaster, ist ja ein Remake. Von Mafia 1, richtig geil. Danach wurde die Qualität auch nie so wirklich erreicht, finde ich, ne? Von Mafia 1. Wo das inzwischen natürlich so seine Unzulänglichkeiten hat, das Spiel, wenn man das heute spielen würde. Ich hoffe mal, das haben sie dann dementsprechend. Das heißt, ich hoffe, das werden sie natürlich dementsprechend... Oh, hier müssen wir aufpassen, weil hier, ähm, die Straße... Oh, da zu weit haben wir auch nicht uns entfernen. Werden der jetzt lang? Oh, es drückt der auf einmal auf die Tube hier. Oh, das Zeitfenster ist relativ großzügig, merke ich gar nicht. Zum Glück. Die Autos klingen ja alle gleich. Das wäre blöd, wenn man das jetzt versauen würde, die letzten paar Meter. Ja, auf jeden Fall bin ich da schon mal gespannt, ne? Auf dieses Mafia-Remake. Ich glaube, es erscheint schon zum Ende dieses Monats, ne? Sehr genial. Ich meine, die Story ist zwar, ja... Bekannt, sag ich mal so, ne? So das Typische. Ich möchte jetzt nichts verraten, nichts spoilern, keine Sorge. Aber es ist halt jetzt nichts Außergewöhnliches, ne? Es war sehr interessant inszeniert und alles, ne? Keine Frage. Die Story halt schafft es, einen bei der Stange zu halten. Es war ja eigentlich so das Meisterstück von Mafia. Finde ja das Gameplay, ne? Klar, das hat auch Spaß gemacht, aber es hatte eben, wie gesagt, seine Unzulänglichkeiten. War ganz schön störrisch. Bis zu weinen. Jetzt fährt er wieder langsamer, ja? Naja, am besten, ich bleibe ihm so 80 Yards plus minus auf den Fersen. Sind wir nicht zu nah und nicht zu weit weg. Wollte gar nicht mal aufs Gas gehen, jetzt geht's ja bergab. Da gibt's hier immerhin eine rudimentäre Fahrphysik. Mann, Mann, da ist das ein weiter Weg, sonst würde ich da schon längst zehnmal angekommen sein. Das Gewitter ist auch sehr atmosphärisch. Aber ich glaube, das war gescriptet an der Stelle, ne? Passt ja zum Raincoat-Killer, ne? Immer wenn's regnet, wird er aktiv. Tritt er auf den Plan. Laut dieses Aberglaubens, sag ich mal so, ne? Weil es ein Aberglaube ist. Vielleicht hat das ein Trittbrettfahrer zu ernst genommen, diesen Aberglauben. Und ihn sich zu eigen gemacht. Um die Leute zu meucheln. Wie gesagt, Mörder suchen ja mal irgendwelche Erklärungen, ne? Um die Tat zurechtfährt hin. Wie dieser komische Professor, ne? Was Agent York erzählt hat. Wer hat sich denn einen Alien gesucht, ne? Das war ein Alien, hat ihm diesen Auftrag gegeben. Und deswegen musste er das so machen. Mal, weil ihm dann doch vielleicht das Ausmaß der Tat mehr oder weniger bewusst wird, ne? Was sie da angerichtet haben. Sofern sie dann aufgefliegen, die Täter, ne? Und dann irgendeine Erklärung zu suchen, ne? Dann sind das manchmal so eine würdenden Geschichten, ne? Die sich dann ausdenken. Oder irgendeine Stimme hat es ihm gesagt. Und es kann natürlich auch eine psychische Erkrankung sein, ne? Keine Frage. Aber oftmals ist es das denn nicht. Die wollen natürlich glimpflich davon kommen. Den Kopf aus der Schlinge ziehen, quasi, die solche Täter. Langsam wird's nicht mehr spannend, Leute. Wenn du so, wenn du so, wenn's zu lang. Ja, das ist halt das Unausgehobene, ne? Teilweise an dem Spiel. Dass sich denn so eine Sequenz wahnsinnig lange hinzieht. Da lässt es natürlich die Spannung denn irgendwann nah, ne? Der Spannungsbogen. Der wird dann quasi überreizt. Das hat eine sehr weite Strecke. Wieht der jetzt ab, oder was? Ne, doch. Ah, okay. Puh. Oh Gott. Wie fährt denn der? Oh. Oh Gott. Wow. Oh, hohohohohohohohoho. Meinst du? Ich denke, jemand hat eine Kurs an all die Fahrzeuge, die ich recentt bin. Ja, ne? Wollt schon sagen. Agent York, Nick geht weg. Ja. Ja. Ja, ich. Ja, ich. Ja, ich. Ja, ich. Ja. Ja, ich. Ja, ich. Ja, ich. Ja, ich. Ja, ich. Ach, der sollte beim Haus warten, stimmt. Und ich brauchte einen. Es war nur ein wenig. Ich bin immer noch in Kontrolle. Zack, Nick und Diane sind wahrscheinlich beide in der Mitte. George, du bist sicher, dass du nicht Nick gesehen hast? Positive. Ich habe meine Augen aus der Entrance all Nacht genommen. Nicht, dass ich dich nicht vertraue, George. Aber ich bin positive, Nick ist hier. Ist da noch eine Entrance? Nicht, dass ich davon weiß. Die Betthühle. Ich werde einen suchen. Hilf mir, wenn du kannst, würde ich? Okay. Oh je. Oh nein. Wie ist es abgeschlossen? Ach du Scheiße. Was mit dem Himmel passiert? Können wir da rein? Muss ich jetzt einen alternativen Eingang finden oder was? Hm, irgendwas sagt mir, ich sollte vorher speichern. Das Telefon ist hier nicht umsonst. Boah. Gut. Sicher ist sicher. Aber es gibt ja eh nochmal Geld. Ah, hier ist Thomas. Kann man mit ihm nochmal sprechen? Hier ist ein Hinterhänger, oder? Haha. Ich nehm mal läuft. Hat der vielleicht vom Wald aus eine andere Nebenstraße genommen? Der Sheriff hat ihn nicht gesehen. Ja, das wissen wir. Aber sein Auto muss da irgendwo sein. Guck mal hier. Hier können wir nicht reinlucken. Von daher. Au, das lohnt sich trotzdem. Hier könnten wir auch pennen. Boah, möchte ich jetzt auch nicht. Okay, da war leider nichts. Zwiebel! Sehr schön. Stillt den Hunger ein wenig, richtig? Okay. Lass mal durch die Wand verschießen. Keine Sorge, ich werd nicht die ganzen Zungen wegballern. Ist mir dann auch zu langwierig. Nur so, dass wir durch können. Hm, irgendwo muss es ja hier reingehen. Oh, hier ist ein Eingang. Observieren. Das gefällt mir gar nicht. Das krieg ich nicht wirklich auf. Ne. Ah, wir müssen erstmal die... Die Zombie ist jetzt auch draußen. Außerhalb des Kreudes. Oh, da gibt es eine dicke Knarre dabei. Das haben wir hier. Oh, nehm ich mal die andere Waffe, wenn die hier schon bewaffnet sind. Die Zombies, ne? Haha, er wusste noch nicht, soll ich sterben oder nicht? Aber irgendwas hat die dann doch davon überzeugt. Dann müssen wir es erstmal alle erledigen. Sonst komm ich da nicht rein. Ja, es geht schneller. Was ist denn das hier schönes? Auch abgeschlossen leider. Wer hinterlässt einer von denen Schlüssel? Kommt schon der nächste. Das ist ja okay, wenn man dann danach rein kann. Lass mich rein. Oh, das ist der nächste. Oh Gott. Hier müssen wir erschießen von denen. Das war da rein dürfen. Na, wo wir haben noch genug Moni. Wie ein Aal. Haha. Und next one. Gut. Ich denke mal, ich muss sie so lange abknallen, bis es aufgeht. Oder sollen wir doch lieber pennen? Bis zum Morgen oder was? Ich weiß nicht. Hä? Das sieht doch mal an, ja. Wie gehen die Schüsse durch ihn durch? Okay, das ist limitiert von der Entfernung. Hm, geschlossen. Hier ist sowieso geschlossen. Ich glaube, ich muss soll pennen. Jetzt gibt es ja keine konkrete Quest-Anweisungen. Magik soll eine Karte drin sein. Aber, ah, das Schloss ist von der anderen Seite. Guck mal, das ist von hier aus. Ne, kann ich nicht anvisieren. Was ich nicht anvisieren kann, wird auch nicht getroffen. Ah! Das war knapp. Ich glaube, da kommen immer mehr. Auch wenn die dann und wann mal ein bisschen Munition droppen. Sehr cool. Brauchen wir aber auch. Wie viele da immer drin sind. 10. Ähm, joa. Keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Vielleicht nochmal mit den... Ah, noch eine Zwiebel. Okay. Unendlich Zwiebeln gibt es hier also auch. Sehr gut. Sehr schön. Ja, ich spreche mal nochmal mit den... unseren Polizisten hier. Ich habe jetzt absolut keinen Plan, was ich hier machen soll. Nun, wenn Nick überhaupt ein festes Ziel hatte, dann war es die Galerie. Ah, schon. Ich habe jetzt erstmal die Autos auch... Thomas Auto. Und alle extra Autos gekommen hier. War nicht sehr umweltschonend. Reden wir mal nochmal mit George. Mal sehen, was ich jetzt zu sagen. Es ist kein Wagen gekommen. Und Nick habe ich auch nicht gesehen. Doch, doch das tue ich, George. Ihm zu glauben, ja. Darum geht es hier auch nicht. Nein. Nur wenn er ein bisschen getrunken hat. Aber, hm. Tja. Ich habe jetzt so keine Ahnung, was ich machen soll. Und die Karte erweitern, nutzt auch nichts. Da kommt die Zombie-Armee. Was ist das hier eigentlich? Hm. Hm. Nee, falsche Knarre. Was der Wild denn? Ah, die kommen nicht darüber hinaus. Das ist gut. Okay, auf jeden Fall wissen wir, was hier nachts angeht. Äh. Hm. Kann ich auch nichts machen. Hm. Gut. Great. Great. Amazing. Amazing. Ah, was war denn das jetzt? Ah, was war denn das jetzt? Das wurde da abgezogen. Und warum? Na, kommen wir mal mehr. Gut. Boah. Boah. Würde ich mal sagen, äh, lege ich... Leg mal pennen. Leg mal ein kleines Päuschen in hier. Weil das hat jetzt... Irgendwie bringt das gerade nichts. Hm. Oder kann ich das jetzt nicht? Doch. Ah, schlafe ich jetzt mal drei Stunden. Hm. Hm. Nö. Hat noch nichts bewirkt, außer dass er... ausgeschlafen ist. Aber dafür ist er jetzt hungrig. Nein, schlafen wir noch mal drei Stunden bis zum Morgen. Hm. Uh. Oh, großer Hunger. Macht sich breit. Ich muss bald was essen. Okay. Die Musik ist zwar noch da, aber der Himmel sieht wieder normal aus. Alles klar. Die ist immer noch da. Hä? Was soll ich denn hier tun? Da ist immer noch verschlossen. Hm, Leute. Ich verstehe jetzt gar nicht diese Sequenz hier. Hm. Äh. Was war das? Ach, da ist wieder mit Munition. Aber hier sind unendlich Zwiebeln. Das heißt, ich kann Zwiebeln essen ohne Ende. So. Das macht einen sehr angenehmen Mundgeruch. Was steht da? Bereit. Achso. Weil die jetzt ausgerüstet ist. Aber ich habe nur drei aufgenommen. Gut. Da will ich den Nächsten. Und noch einer. Geil. Und weiter geht's. Sieht eher aus wie so ein Vogelnest, ne? Ah, komm. Die stillen im Hunger eigentlich ganz gut. Ah. Na dann, ab in den Kasten damit. Ich kann noch maximal drei aufnehmen. Ja, es stand ja auch drei von drei. Boah. Tja, Leute. Kein Plan, was ich hier machen soll. Ich muss das Gebäude wohl noch weiter untersuchen, ja. Wäre jetzt nicht so wirklich aus der Mission schlauer. Warum die Polizisten auch hier sind. Und, ja. Hm. Aber hier ist ja eine Markierung. Das heißt, ich soll hier lang. Ich geh einfach... Ignoriere die mal. Aha. 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 Äh. Da muss ich mir einen Weg freischießen. Weil hier nur ein Zaun ist. Great. Ha. Das war jetzt voll. Da war es der Gärtner. Ich sehe es schon. Ah. Ich geh mal hier lang. Boah, die sind... Oh Gott, die tauchen noch nicht vermittelt von mir auf. Ah, die Markierung zeigt uns den Weg. Einfach mal drauf verlassen. Kann man nichts falsch machen. Haha. Sollen wir hier rein? Ah ja, wir sollen hier rein. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Ah, das... Okay. Hier ist auch ein Gang. Haben wir schon einmal in der Galerie gesehen, ne? Im Keller der Galerie. Aber der war noch durch eine Klappe verschlossen. Und scheinbar... Aha. Emily, I want you guys too. Wait out here, I know. I'm not gonna fight you about this anymore. Okay. Okay. But... Promise me this. If there's trouble, then you'll call us in, okay? Ich versuch's. You might not think so, but we're a team. A team? Ja, sind wir ja. That's what I think at least. And... I'm interested in you and Zach. I don't want anything to happen to you, before I hear more about you two. Oh. Das ist doch nett. Oh, ne. Was nun? Nein. Nein. Es spürt wieder ab. Okay, dann mach ich mal Schluss an der Stelle. Also denn, Leute. Bye, bye. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Eschak. Lasst es euch gut gehen. Und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like genau da. Bis dann. Bis dann.